Herzlich willkommen Leute, willkommen zurück. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt habe ich eine richtig interessante News und zwar hat mich jetzt eine wunderbare Nachricht erreicht, denn jetzt ist es endlich soweit. Der neue Soloschaumsprüher geht jetzt an den Start. Kommt jetzt auf den Markt und ich zeige euch jetzt mal ein kleines Geheimnis. Guckt mal her. Und zwar habe ich das Teil schon seit Februar im Einsatz. Das ist hier ein Prototyp. Das originale Teil habe ich mir jetzt auch erst bestellt. Kommt jetzt die nächsten Tage zu mir auch noch nach Hause. Und ich konnte aber jetzt hier mit dem Prototyp schon arbeiten. So ungefähr, also nahezu komplett, so wie ihr das seht, so wird der neue Soloschaumsprüher ausschauen. Es kann vielleicht noch die ein oder andere Änderung kommen hier, vielleicht am Schlauch. Also wie gesagt, das ist ein Prototyp, aber ungefähr so wird er aussehen. Ihr seht jetzt auch noch keine Beschriftung drauf. Das ist der neue Soloschaumsprüher und in einem absolut top handlichen Maß. Der ist auch nicht so hoch wie die Konkurrenz von der Bauhöhe her. Ihr habt eine absolut kraftvolle Pumpe. Das Ganze kann hier an der Seite eingehangen werden. Wie gesagt, ich mache auch nochmal ein Video zum aktuellen Modell da. Und ich wollte euch einfach nochmal ein bisschen so die Info weitergeben. Natürlich habt ihr dann auch ein Überdruckventil dabei. Und jetzt kommt natürlich hier das Edelste an der ganzen Sache. Und zwar hier vorn der einstellbare Kopf. Und den habt ihr natürlich an dieser Lanze auch dran. Hier vorn könnt ihr natürlich das Ganze auch dann steuern. Und ihr habt hier die Möglichkeit, euren Schaum halt wieder komplett individuell einzustellen. Auch vorn nochmal den Winkel vom Sprühkopf zu verändern. Und das Sprühbild zu verändern, Schaumzufuhr, beziehungsweise Wasserzufuhr. Und damit könnt ihr dann am Ende auch euren Schaum selbst individualisieren von der Stärke her. Ihr müsst hier nichts irgendwie groß dosieren mit aufpassen mit 3 Liter. Und ja, ich brauche 15 ml, 20 ml. Was nutzt ihr? Ihr könnt hier im Bereich von 10, 20, auch 30 ml Reiniger auch schwanken. Und könnt trotzdem euch das hier wunderbar über das Stellrad einstellen. Also der neue Solo-Schaumsprüher jetzt auch verfügbar. Und sobald ich hier meine Bestellung bekommen habe, in einer Hand, so. Sobald ich hier meine Bestellung bekommen habe, kriegt ihr auch natürlich ein Video mit dem absoluten Original. Das war der Prototyp. Den habe ich seit Februar im Einsatz und kann euch jetzt schon sagen. Also wenn das Teil final genauso gut ist wie der Prototyp, dann geht das Ding durch die Decke. Ich habe euch das unten verlinkt. Schaut es euch definitiv mal an. Wie gesagt, wenn das Teil genauso gut ist wie der Prototyp, dann ist das auf jeden Fall eins der Top-Produkte 2022. Und eine ganz, ganz tolle Sache, dass es in dem Bereich jetzt auch neue Modelle hier gibt. Ganz, ganz cool. Schaut es euch gerne mal an. Und in den nächsten Tagen kommt natürlich auch mein Test oder mein Produkt, mein Review zu dem neuen Solo-Schaumsprüher. Euer Sebastian, haut rein und schaut es euch gerne mal an. Bis zum nächsten Mal.